E. A. Poe Productions liest türkische Volksmärchen aus Stambul Gesammelt von Ignaz Kunos Der Schlangenperi und der Zauberspiegel Es war einmal ein armer Holzfäller und dessen Sohn. Der arme Mann wurde eines Tages krank und sprach also zu seinem Sohne, »Wenn ich sterbe, so setze mein Handwerk fort und gehe jeden Tag hinaus in den Wald. Du kannst jeden Baum fällen, welchen du eben willst. Nur den einen Baum, der sich am Waldesrande befindet, den schone.« Nach einigen Tagen starb er und ward beerdigt. Der Jüngling ging jeden Tag in den Wald, fällte Bäume, verkaufte sie, und nur den einen Baum schonte er. Er kam eines Tages in die Nähe dieses Baumes und dachte sich, was für eine Bewandtnis es doch mit diesem Baum haben könne, daß er ihn nicht anrühren dürfe. Er besah sich ihn lange, bis er seinen Beil ergriff und den Baum zu fällen begann. Aber als ob der Baum Füße gehabt hätte, so entfernte er sich vom Jünglinge. Der Holzfäller bestieg seinen Esel und trabte dem Baume nach, aber er konnte ihn nicht erreichen, während es inzwischen Abend ward. Er band seinen Esel an einen Baum, er selbst stieg hinauf und waltete dort den Morgen. Am nächsten Tag stieg er vom Baum herab und sah, daß von seinem Esel nur noch die Knochen übrig waren. »Thut nichts, wenn ich auch zu Fuß gehen muß,« sagte der Holzfäller und lief dem Zypressenbaume nach. Den ganzen Tag verfolgte er ihn, kann ihn aber nicht erreichen. Auch am dritten Tag nahm er sein Beil zur Hand, und als er dem Baum nachlaufen wollte, standen plötzlich vor ihm eine Schlange und ein Elefant, die miteinander kämpften. Um die Wahrheit zu sagen, es ist ja ohnehin nicht wahr, kurz, den Elefant verschlang die Schlange. Sie schlang ihn hinab, das ist wahr, aber seine großen Zähne blieben ihr im Rachen stecken, und als der Jüngling die beiden Tiere erblickte, baten sie ihn, er möchte ihnen helfen. Der Elefant versprach ihm alles Mögliche, wenn er die Schlange töte. »Nur den Zahn brich ihm ab,« sagte die Schlange, »die Arbeit ist leichter, der Lohn dafür größer.« Der Jüngling ließ sich überreden, hieb mit dem Weile den Zahn des Elefanten ab. Die Schlange bedankte sich bei ihm, es solle mit ihr kommen, damit sie ihm den versprochenen Lohn gebe. Auf dem Wege blieb die Schlange bei einer Quelle stehen und sprach also zum Jüngling, »Warte hier, bis ich mich bade, und was immer geschieht, so erschrickst du nicht.« Kaum daß die Schlange in das Wasser schlüpfte, entstand ein so arger Sturm, ein so furchtbarer Orkan, daß Blitz auf Blitz, Donner auf Donner folgte, als ob das letzte Gericht bevorstehen würde. Bald wurde alles wieder ruhig, und aus der Schlange wurde ein Mensch, mit dem er weiterzog. Sie zogen lange herum, tranken Kaffee, rauchten, säten Feichen, und als sie sich ihrer Heimat nährten, sprach der Schlangenperi zum Jüngling, »Bald erreichen wir das Haus meiner Mutter. Wenn sich die Pforte öffnet, so nenne ich dich Bruder und rufe dich in das Haus. Man wird dir Kaffee geben, aber nimm ihn nicht an, man wird dir Speisen geben, aber rühr sie nicht an. Ein kleines Spiegelstück befindet sich neben dem Tore, das verlange von meiner Mutter.« Sie erreichten das Haus, und als der Peri an der Türe klopfte, öffnete dieselbe seine Mutter. »Pam, Bruder«, rief er dem Jüngling zu. »Wer ist denn dein Bruder?«, fragte ihn seine Mutter. »Der, welcher mir das Leben gerettet hat«, sagte der Jüngling und erzählte der Mutter das Ereignis. Sie traten nun ins Haus hinein. Die Frau brachte dem Jüngling den Kaffee und den Tschibuk, aber er nahm es nicht an. »Ich habe Eile«, sagte der Jüngling, »ich kann nicht lange hier verweilen.« »Was denn wenigstens?«, meinte die Frau, »einen Gast können wir nicht so ohne etwas entlassen?« »Ich brauche nichts. Neben dem Tore ist ein Spiegelstückchen, wenn du mir's gibst, so nehme ich es an«, sagte der Jüngling. Die Frau hätte es ihm nicht gegeben, aber ihr Sohn zeigte Zorn darüber, daß sie seinem Lebensretter nicht einmal ein Spiegelstückchen geben wolle. Sie gab es nicht gerne, aber sie gab es ihm doch. Der Jüngling zog nun mit dem Spiegelstückchen von Nannen und besah dasselbe unterwegs von allen Seiten, welchen Nutzen es ihm wohl brächte. Wie er es nun herumdreht und hineinschaute, stand plötzlich ein arabischer Geist vor ihm, dessen eine Lippe am Himmel, die andere auf der Erde war. Der arme Junge erschrak so gewaltig, daß, wenn der Araber nicht gesprochen hätte »Was befehlst du, mein Sultan?«, er vielleicht davon gelaufen wäre. Er wagte kaum zu sagen, daß er Speisen wünsche. Im Nu befanden sich vor ihm herrliche Speisen, wie er solche bei seinem Holzfällervater nie gesehen hatte. Der Jüngling ward nun auf den Spiegel neugierig, und als er wieder hineinblickte, stand wieder der Araber vor ihm. »Was befehlst du, mein Sultan?«, fragte er. In der Eile stotterte der Jüngling etwas von einem Palaste. Ein so schöner Palast erhob sich nun vor ihm, daß selbst der des Padischah nicht schöner sein konnte. »Trag ihn weg«, befahl der Jüngling, worauf der Palast verschwand. Der Jüngling freute sich nun über seinen Spiegel und dachte an nichts anderes, als was er sich wünschen solle. Es fiel ihm die schöne Sultans Tochter, des Padischahs Töchterlein, ein, und im nächsten Augenblick blickte er schon wieder in den Spiegel hinein. Er wünschte sich jetzt von dem großliebigen Araber einen schönen Palast, worin die weltschöne Tochter des Padischah und er selbst neben ihr sei. Er blickte kaum auf, so saß er schon in einem schönen Palaste, an der Seite der Sultans Tochter. Sie herzten und küßten sich und lebten glückselig in die Welt hinein. Inzwischen erfuhr der Padischah, daß seine Tochter aus dem Palaste verschwunden sei. Er ließ das ganze Land durchsuchen, schickte überall Boten aus, aber vergeblich war die Mühe. Die Maid wurde nicht gefunden. Da kam eine alte Frau zum Padischah und sagte ihm, er möge eine Kiste machen lassen, dieselbe inwendig verzinnen, sie hineinsetzen und dann ins Meer werfen. Sie würde dann die Sultans Tochter finden, wenn nicht hier, so jenseits des Meeres. Die große Kiste wurde verfertigt, die alte Frau hineingesetzt, ihr auf einige Tage Esswaren mitgegeben und dann ins Meer geworfen. Von Woge zu Woge trieb sich die Kiste hin, bis sie endlich zu der Stadt gelangte, wo die Sultans Tochter mit dem Jüngling lebte. Die Fischer standen dort am Meeresufer und erblickten die Kiste draußen auf dem Meere. Mit Angeln und Seilen zogen sie dieselbe ans Ufer, und als sie geöffnet wurde, kroch eine alte Frau heraus. Man frug sie, wie sie dahin gelangt sei. »O, daß das Auge meines Feindes erblinde!«, begann die Alte ihre Klagen. »Das habe ich nicht von ihm verdient.« Und sie begann zu weinen, so, daß alle Leute ihren Worten Glauben schenkten. »Wo ist der Beech eurer Stadt? Vielleicht erbarmt er sich meiner und nimmt mich in sein Haus auf?«, fragte sie die Leute. Man zeigte ihr den Palast und ermuthigte sie, hineinzugehen, vielleicht, daß man sich ihre dort erbarme. Die Alte ging zum Palast hin, und als sie am Tore klopfte, rief ihr die Sultans Tochter von oben zu, was sie wolle. Die Alte erkannte sofort die Maid, und als ob sie sie nicht kennen würde, flehte sie, man möge ihr einen Dienst geben. »Abends kommt mein Gatte heim«, sagte die Maid, »bis dann zieh dich in einen Winkel zurück.« Der Gatte erlaubte es ihr, die Alte ins Haus aufzunehmen, und am nächsten Tage wartete sie schon als Dienerin auf. Die Frau befand sich schon einen Tag, zwei Tage, eine Woche, zwei Wochen im Palaste, ohne daß sie einen Koch oder einen Diener gesehen hätte, obwohl Speisen in Hülle und Fülle vorhanden waren, und überall die größte Reinlichkeit herrschte. Einmal ging die Alte hinauf zur Maid und fragte sie, ob sie sich denn den ganzen Tag alleine nicht langweile. »Wenn du es erlaubst, so würde ich die Zeit bei dir zubringen. Vielleicht wäre es so besser«, sagte die Alte. »Ich werde meinen Gatten fragen«, sagte die Maid. Der Jüngling hatte nichts dagegen, und so gelangte die Alte hinauf ins Gemach der Maid, um ihr die Zeit zu vertreiben. Eines Tages fragte die Maid, woher sie die Speisen nehmen und wer im Hause bediene. Die Maid wußte nichts vom Spiegelstückchen und konnte daher der Alten auch nichts sagen. »Frage es schon deinen Gatten«, sagte die Alte, und kaum kehrte der Jüngling heim, so schmeichelte sie ihm so lange, bis er ihr den Spiegel zeigte. Nur dies wollte die Alte Frau. Ein, zwei Tage vergingen, am dritten aber und am vierten Tage sagte sie der Maid, sie solle von ihrem Gatten das Spiegelstückchen verlangen, sie würde sich damit die Zeit gar gut vertreiben. Sie verlangte also von ihrem Gatten den Spiegel und erhielt ihn auch. Die Alte Frau hatte unterdessen nicht geruht. Sie erfuhr den Ort, wo die Maid den Spiegel aufbewahrte, sie stahl ihn weg, und als sie in denselben hineinblickte, erschien vor ihr der Araber. »Was ist dein Befehl?« fragte er die Alte. »Führ mich und die Maid in den Palast ihres Vaters«, so lautete ihr erster Befehl. Dann ließ sie ihn den Palast des Jünglings einäschern, und als nun des Holzfälders Sohn heimkehrte, so wärmte sich nur noch seine Katze an der Asche des Palastes. Einige Speisen hatte sie noch bei sich, die die Sultanstochter hingeworfen hatte. Der Jüngling steckte die Speisenüberreste in seinen Sack und machte sich auf den Weg, um seine Gattin aufzusuchen, selbst wenn sie sich am Ende der Welt befände. Er schweifte so lange herum, bis er endlich in seine Heimat, in die Stadt seiner Gattin gelangte. Er ging zum Palaste hin und flehte so inständig zum Koch, daß er ihn neben sich in die Küche aufnehme, daß dieser ihn aus bloßem Mitleid aufnahm. Nach einigen Tagen erfuhr er von den Palastleuten, daß die Sultanstochter heimgekehrt sei. Eines Tages fühlte sich der Koch unwohl, das Kochen war ihm beschwerlich. Dies bemerkte der Jüngling und sagte ihm, er möchte sich ausruhen und ihn kochen lassen. Der Koch willigte ein und sagte ihm, was und wie er kochen solle. Der Jüngling machte sich also ans Kochen, und als man die Speisen auftrug, legte er jene Speisenüberreste, die er einst bei der Asche seines Palastes gefunden hatte, auf den Teller der Maid. Kaum, daß diese sie erblickte, so ahnte sie sogleich, daß ihr Gemahl sich in der Nähe befinde. Sie ließ den Koch herbeirufen und fragte ihn, wer neben ihm in der Küche sei. Anfangs leugnete dieser. Schließlich aber gestand er, daß ein armer Jüngling sich bei ihm befinde. Die Maid eilte nun zu ihrem Vater und teilte ihm mit, daß ein armer Junge sich in der Küche befände, der den Kaffee so gut bereite, daß sie ihn gerne zu ihrem Kaffeesieder haben möchte. Der Jüngling mußte ihr, von diesem Tage an, den Kaffee kochen und ihn zu ihr hinauftragen. Sie kamen also wieder zusammen, und sie erzählte nun dem Gatten, wer die Hand im Spiele gehabt habe. Sie bewegten sich, auf welche Weise sie das Spiegelstückchen wiedererlangen könnten. Der Jüngling besuchte so lange die Maid, bis es der alten Frau auffiel. Damit wir die Sache nicht in die Länge ziehen, kurz, die Alte erkannte den Jüngling, blickte in den Spiegel hinein und ließ ihn zur Asche seines alten Palastes zurücktragen. Seine Katze kauerte noch immer in der Asche. Wenn sie hungrig war, fing sie sich Mäuse und richtete eine solche Verheerung unter ihnen an, daß dem Mäusepadischah kaum noch Soldaten übrig blieben. Der Padischah kümmerte sich darüber gar sehr, aber seine Leute wagten es nicht, gegen die Katze aufzutreten. Eines Tages erblickte er den Jüngling, lief zu ihm hin und bat ihn, er möge ihm helfen, denn in kurzer Zeit gehe sein Reich zugrunde. »Ich möchte dir ja helfen«, sagte der Jüngling, »aber ich habe selbst Elend genug am Halse.« »Was quält dich?«, fragte der Padischah der Mäuse. Der Jüngling erzählte ihm nun die Geschichte von dem Spiegelstückchen, daß man es ihm gestohlen habe, und teilte ihm mit, wer es besitze. »Läßt sich noch helfen«, sagte der Mäusepadischah und rief sogleich alle Mäuse der Welt zusammen. Er fragte sie, wer von ihnen in jenem Palaste Hause, wer die alte Frau und das Spiegelstückchen kenne. Eine lahme Maus hinkte heran, küßte die Erde vor dem Padischah und sagte, daß sie aus dem betreffenden Schranke sich Speisen hole. Sie habe auch das Spiegelstückchen gesehen, daß die alte jeden Abend unter ihre Polster verstecke. Der Padischah befahl ihr sogleich, das Spiegelstückchen zu stehlen. Zwei Gefährten verlangte sie sich zur Begleitung, sie setzte sich dann auf den Rücken des einen und so eilten sie zur alten Frau hin. Es war bereits Abend, als sie dort anlangten. Die alte Nacht malte eben gemütlich. »Wir kommen gerade zur rechten Zeit«, sagte die lahme Maus, »auch uns wird etwas von den Speisen abfallen.« Sie schlichen sich in die Stube hinein, sättigten sich und warteten auf die Nacht. Sie besprachen ihren Plan, und als sich die alte Frau niederlegte, warteten die drei Mäuse, bis sie eingeschlafen war. Kaum daß sie in Schlaf sank, so kroch die lahme Maus hinaus aufs Bett zur Alten und wedelte mit ihrem Schweife an der Nase herum. »Hepsie, Hepsie«, nießte die alte Frau so gewaltig, daß ihr Kopf beinah vom Rumpfe absprang. »Hepsie, Hepsie«, dort lauten die beiden anderen Mäuse, zogen das Spiegelstückchen unter dem Polster hervor, hoben die Lahme auf ihren Rücken und eilten von dannen. Der Jüngling freute sich gar sehr über den Spiegel, nahm die Katze mit sich, damit sie unter den Mäusen keinen Schaden anrichte, und zog dann davon. Bald nahm er das Spiegelstückchen hervor, blickte hinein und »Was befehlst du, mein Sultan?« Der Araber stand vor ihm. Der Jüngling verlangte goldene Kleider und ein großes Soldatenheer. Er blickte um sich, vor ihm lagen die schönsten Kleider, zog sie an. Vor ihm stand ein schönes Roß, er bestieg es. Ihm folgte ein großes Heer nach, und als so zog er in seine Stadt. Als er daselbst anlangte, blieb er vor dem Palaste stehen, den er von seinen Soldaten umringen ließ. Ei, wie erschrak beim Anblick des großen Heeres der Padischah! Der Jüngling trat zu ihm ein und verlangte von ihm die Maid zur Frau. In seiner Angst und Freude gab er ihm nicht nur die Maid, sondern auch sein ganzes Reich. Die alte Frau ließen sie vom großliebigen Araber forttragen, sie selbst aber leben in Glückseligkeit, im herrlichen Königreiche. Bei ihnen ist der Zauberspiegel, der Helfer in jeder Not. E.A.P. Productions